Paul Klee's schwere Erkrankung im Berner Exil beginnt im Sommer 1935. Sie wird den Künstler sowie seine Familie und die nahestehenden Freunde und Bekannten in den verbleibenden sechs Jahren bis zu Klee's Tod intensiv beschäftigen. Klee selbst äußert sich nur selten schriftlich über sein Befinden. Umso bedeutender sind die schriftlichen Zeugnisse seiner Frau Lilly als wichtigste Pflege- und Bezugsperson sowie die Bemerkungen seiner Freunde. Seit August 1935 klagt Klee über zunehmende Müdigkeit und erkrankt an einer Bronchitis. Diese weitet sich im Oktober zu einer chronischen doppelseitigen Lungenentzündung aus, die auch sein Herz schwächt. Mitte November befällt ihn ein Hautausschlag, der spontan als Masern diagnostiziert wird. Trotz Drängen seiner Frau Lilly und von Freunden, einen Arzt aufzusuchen, glaubt Klee lange daran, die Krankheit mit seiner Energie und seinem Willen bezwingen zu können. Klee's Jugendfreund, der Neurologe Fritz Lothmar, ist dem kranken Künstler bis zum Tod der wichtigste ärztliche Berater. Lothmar, zweiter von links, kennt den renommierten Berner Internisten Gerhard Schorrer, vermutlich erster von links, seit ihrer gemeinsamen Assistenztätigkeit bei Professor Hermann Sali am Berner Inselspital. Auf Empfehlung von Lothmar wählt Klee Schorrer zu seinem Hausarzt. Der kranke Künstler setzt großes Vertrauen in seinen Berner Hausarzt Dr. Gerhard Schorrer und befolgt 1936 dessen klimatherapeutische Anweisungen für den Terrasse-Bakur-Aufenthalt genau. Klee würdigt Schorrer als verständnisvollen Mediziner, da er ihm immer das verschreibe, was er ohnehin gerne möge, zum Beispiel getrocknete Schwarzbeeren. Paul Klee fährt im Juni 1936 auf Einladung und in Begleitung des befreundeten Sammler-Ehepaars Hermann und Margrit Rupf zur Kur ins Grand Hotel Kurhaus Terrasp im Unterengardin. Aus finanziellen Gründen bleibt seine Frau Lili in Bern. Paul Klee darf sich angesichts seiner Herzbeschwerden keiner Badekur unterziehen, sondern soll in der frischen Luft liegen und mäßig Spaziergänge unternehmen. Einen Monat nach seiner Rückkehr von Terrasp, Mitte August 1936, tritt Klee nach Zustimmung von Dr. Schorrer einen mehrwöchigen Kuraufenthalt in der Klinik Cecil in Montana an. Seine Frau folgt ihm nach. An diesem sonnigen Höhenkurort im Wallis, der vornehmlich von Lungenkranken aufgesucht wird, schätzt Klee neben der preiswerten Unterkunft die anonyme Atmosphäre des Kurbetriebes. Das Ehepaar fühlt sich erholt und Lili Klee ist überzeugt, dass ihr Mann bald völlig gesund sein wird. Weil sich Dr. Schorrer nach der Kur noch immer kein Bild über die nicht funktionierende Haut machen kann, zieht Klee im Herbst 1936 auf Empfehlung von Lothmar und Schorrer Oskar Nägeli bei, den ordentlichen Professor für Hautkrankheiten an der Universität Bern. Nägeli untersucht Klee's Hautfunktionen und findet sie in Ordnung. Insbesondere schließt er eine durchgemachte Masenerkrankung aus. Klee's Freunde erhalten durch Gespräche mit Klee's Ärzten den Eindruck, dass es um die Gesundheit des Künstlers schlimmer stehe als dieser Ahne. Hermann Rupf, hier im Bild mit seiner Frau Margrit sowie mit Paul und Felix Klee, spricht von der ärztlichen Diagnose Lungenkrebs. Andere Bekannte spekulieren über Magenkrebs. Vassili Kandinsky und Hermann Rupf raten dem Ehepaar Klee 1936-37, den homöopathischen Arzt Antoine Nebel aus Lausanne zu konsultieren. Nebel hat sich einen gewissen Ruf als alternativer Krebstherapeut geschaffen. Paul Klee geht allerdings nicht auf diesen Vorschlag ein, sondern vertraut weiterhin seinen bisherigen Ärzten Schorrer und Nägeli. Diese klären eine Drüsenfunktionsstörung ab. Den Herbst 1937 verbringt das Ehepaar Klee in einem kleinen Fährenhaus in Ascona. Die Casa Adula umfasst drei Zimmer. Ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer sowie einen Arbeitsraum. Im Gegensatz zu den früheren Kuraufenthalten ist Paul Klee in Ascona künstlerisch produktiv und empfängt manche Freunde und Bekannte. Bis Ende dieses Jahres entstehen 264 Werke. Paul Klee betraut seinen Biografen Will Grohmann im Jahre 1937 mit der Verwaltung seines Nachlasses für den Fall, dass ihm etwas zustoßen sollte. Der deutsche Kunsthistoriker besucht den Künstler über Ostern 1938. Dies deuten Kles Freunde Rupf und Nebel als Indiz, dass es um Paul Kles Gesundheitszustand schlimm stehen müsse. Vom 15. August bis zum 24. September 1938 begeben sich Paul und Lili Klee zur Erholung in den Berner Oberländer Kurort Beatenberg. Schon als Kind hat Klee seine Ferien im sonnigen Kurort oberhalb des Thunersees verbracht. Das Ehepaar bewohnt drei Zimmer eines Chalets, das zum Hotel Post gehört und erholt sich dank des milden Herbstes recht gut. Nachdem Kles Ärzte lange ein Drüsenleiden vermutet haben, glauben sie 1938 an eine nervliche Ursache seines Leidens. Der Internist Schura einigt sich mit dem Dermatologen Nägeli und dem Neurologen Lotmar auf eine organische Nervenkrankheit, genauer die vasermotorische Neurose. Lili Klee teilt diese Diagnose Ende 1938 ihrer Freundin Gertrud Krote in einem Brief mit und betont, die Möglichkeit der Heilung sei durchaus gegeben, aber sie verlaufe langsam. Lili Klee ist im Frühjahr 1939 psychisch und physisch durch die Krankheit ihres Mannes so erschöpft, dass eine Kur nötig wird. Sie geht, wie schon 1930 und 1933, von April bis Juni ins Kurhaus Saint-Matte bei Luzern. Der Pariser Kunsthändler Daniel-Henri Kahnweiler besucht Klee im Frühjahr 1939 in seinem Berner Atelier. Kahnweiler schreibt später über die Begegnung, Diese Aussage legt nahe, dass die Krankheit langsam auch Klee's periphere Körperteile erreicht. Demgegenüber steht die Tatsache, dass der Künstler nach wie vor enorm produktiv und weiterhin zu einer feinen Strichführung fähig ist. Laut eines Polizeiberichtes vom Juli 1939, der im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens von Paul Klee verfasst wird, gibt der Künstler an, dass er vor Jahren wahrscheinlich an einer neurotischen Blutgefäßstörung gelitten habe. Jetzt sei er jedoch nicht mehr in ärztlicher Behandlung und fühle sich wiederhergestellt. Dies entspricht nicht den Tatsachen. Klee's Aussage ist aber nachvollziehbar angesichts des Umstandes, dass die Schweizer Behörden in jener Zeit die Einbürgerung streng handhaben und der Gesundheitszustand des Bewerbers bei der Beurteilung eines Gesuches eine entscheidende Rolle. Im Herbst 1939 weilen Paul und Lille Klee in Begleitung einer Haushaltshilfe für knapp zwei Monate in einem Ferienhaus in Fou am Murtensee. Trotz des schlechten Wetters erholt sich das Ehepaar gut. Paul Klee unternimmt Ausflüge in die nähere Umgebung. Das Bild zeigt Paul Klee in Murten mit Simone Petitier, der Tochter einer ehemaligen Meisterschülerin an der Düsseldorfer Kunstakademie. Sobald das Klima rauer wird, kehrt das Ehepaar Klee nach Bern zurück. Klee's Künstlerfreund Otto Nebel schreibt im Februar 1940 in sein Tagebuch, Klee habe einen gesundheitlichen Rückfall erlitten. Er sähe sehr schlecht aus, nämlich ledergelb und dünn. Das Anziehen der Schuhe sowie das Treppensteigen in die im dritten Stock gelegene Berner Wohnung am Kistlerweg 6 bereitet dem Künstler schreckliche Mühe. Klee's Leiden ist unter anderem begleitet von schweren Schluckbeschwerden. Besuchern fällt auf, dass Paul Klee wiederholt in der Küche verschwindet, wo er flüssige Nahrung zu sich nimmt, die er selbst zubereitet. Der von einem Kulturredaktor der Neuen Zürcher Zeitung geprägte Begriff Schizophrener Liesgertli im Zusammenhang mit Klee's Spätwerkausstellung im Zürcher Kunsthaus von Anfang 1940 verärgert und bedrückt den Künstler. Er beauftragt einen Juristen, von der NZZ eine Berichtigung zu verlangen, verzichtet dann aber darauf, um nicht noch mehr Schaden anzurichten. Klee meint, dass Verdächtigungen wie die der Schizophrenie seinem Einbürgerungsverfahren schaden könnten. Nach einem gemäß Lilliklee nicht gerade herrlichen Winter begibt sich ihr Mann im Mai 1940 auf Verordnung von Dr. Schora ins private Kurhaus Viktoria in Locarno Orselina. Etwas später reist Lilliklee ihrem mittlerweile schwer leidenden Mann nach. In Orselina wiederholt sich der Hautausschlag, mit dem vor fünf Jahren Klee's Krankheit begonnen hat. Chefarzt des Sanatoriums Viktoria für physikalisch-diathetische Heilmethoden ist der aus Zürich stammende Hermann Bodmer. Er lässt Klee mit Massagen, Hochfrequenzströmen und Einspritzungen behandeln. Bodmer ist mit der Malerin Anni Bodmer verheiratet und mit Hermann Hesse befreundet. Auf der Fotografie von 1919 stehen von links nach rechts Hermann Bodmer, die Sängerin Ruth Wenger, Hermann Hesse, die Frau des Bildhauers Paul Oswald und dahinter Paul Oswald. Hermann Hesse schildert 1920 diesen Ausflug mit Freunden in der Erzählung Klingzors letzter Sommer nach Corona. Da das Sanatorium Viktoria im Juni 1940 aus wirtschaftlichen Gründen schließen muss, wechselt Klee mit seinem Kurarzt Hermann Bodmer an die Privatklinik Sant'Agnese in Logarno Moralto. Lili Klee beurteilt das von den Ingebohl-Schwestern geführte Haus als ausgesprochen modern und Dr. Bodmer und dessen Assistentin als hervorragende Ärzte. Der Zürcher Herzspezialist Dr. Theodor Hämmerli befindet sich Ende Juni 1940 wegen eines anderen Patienten in Logarno. Hämmerli untersucht Klee in der Klinik Sant'Agnese und stellt, wie Dr. Bodmer, eine ernstzunehmende Kreislaufstörung des Herzens fest. Paul Klee stirbt am 29. Juni 1940 um 7.30 Uhr. Als Todesursache gibt Hermann Bodmer auf dem amtlichen Totenschein eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung an. Lili Klee schreibt rückblickend über die letzten Tage im Leben ihres Mannes Sein schweres Leiden trug er klaglos. Es hat ihm unendliche Entbehrungen auferlegt. Die Diagnose Sklerodermie wird erst nach Klee's Tod gestellt. Mit der Aufarbeitung der Krankengeschichte aus der Sicht von Patient, Familie und Freunden in Berücksichtigung des Arbeitsumfeldes des Künstlers und der Medizingeschichte soll eine Basis für eine Neuinterpretation für das im Berner Exil entstandene Spätwerk geschaffen werden. Klee's Bild mit dem Titel »Ein Kranker macht Pläne« von 1939 beispielsweise dürfte mit diesem interdisziplinären Ansatz von Medizin und Kunstgeschichte neu gesehen werden. »Ein Kranker – die untertitelung des Künstlers und der Medizin und Kunstgeschichte in Künstlers und der Medizin – die in Künstlers kann es nicht mehr aussehen werden. »Ein Kranker – das ist ein un Jeez, die in Künstler – die in Künstlers die in der Medizinis Tasche und die in Künstler – die in Künstler – »Munstierende Spätwerk geschaffen« – »Ur in Künstler – die in Künstler – Vielen Dank.